Die Jahre der Anna Schneider, kommst du zu uns vor, du bist die Nächste, die wir angekommen. Sie ist eine der jüngsten, acht Jahre alt, hat schon in vier Jahren begonnen in der medikalischen Brüderziehung und fährt heuer zum ersten Mal auf den Wettbewerb der Kinderanwesenheit. Ich bin jetzt in drei Stücke zum Westen und es ist schon ausgedacht, was sie mir jetzt auch nicht machen. Ja, ja, ja. 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 Vielen Dank.